Bitte sehr. Wow, danke. Ich bin die Nächste. Oh, und ich? Keine Barbie für mich. Danke für euren Einkauf. Tschüss. Oh. Nur das bitte. Oh ja. Du bist unser eintausendster Kunde. Wirklich? Yay. Diese Barbie gehört also dir. Viel Spaß. Danke. Oh nein, meine Puppe. Oh oh. Was hast du getan? Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Oh je, das kann nicht wahr sein. Ich gehe zurück in meine Schachtel. Da ist es sicherer. Oh nein, Barbie. Autsch. Was ist denn mit dir los? Ekelhaft. Oh mein Gott. Mein Kleid. Mein Gesicht so schmutzig. Ich muss mich sauber machen. Schnell. Eget. Vielleicht ist diese Seite sauberer. Okay, besser als nicht. Fühlt sich komisch an. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss mein Make-up zurückbringen. Wir verwenden nur natürliche Zutaten. Wir leuchten ja die Farben desto besser. Probieren wir es aus. Cool. Ich bin wieder da. Unglaublich noch besser als vorher. Und mein Kleid? Oh nein, es ist völlig ruiniert. Oh, ein Bonbon. Das liebe ich. Oh. Hey, das könnte funktionieren. Benutzen wir es. Ich muss nur ein paar Schritte machen. Hier und da. Oh, fast fertig. Ein paar letzte Stiche. Wow, das hier ist wirklich toll. Juhu. Obwohl, was ist das für ein Geruch? Igitt, wie ist das? Igitt, weg von meinem Kleid. Ich bin sicher, sie wird es lieben. Juhu. Das wird das Paradies. Aber woher kommt dieser Geruch? Oh, da. Ja, der eklige Fischgeruch. Und was haben wir noch? Interessant. Stimmt, die Perlen. Sie sind so glänzend und schön. Sie könnten auch nützlich sein. Nein, nicht das. Ich muss sie nur alle aneinander rein. Ja, das wird helfen. Versuchen wir es. Wow, das ist perfekt. Ein schönes, schickes Accessoire für mein neues Kleid. Sieht so cool aus. Oh, nicht schon wieder. Autsch. Oh nein, mein Bein. Geh zurück, wo du hingehörst. Es ist repariert. Und meine Haare. Ich muss sie kämpfen. Sehr gut. Und jetzt? Keine Tasche, kein nichts. Hey, was ist das? Mal sehen. Wie geht's? Sie sind überall. Aber das hier sieht interessant aus. Wenn ich das hier platziere und das hier. Ich hab's. Das wird der Hammer. Ich muss nur noch alle Teile zusammenfügen. Ein paar Perlen hinzufügen. Und einen Henkel anbringen. Und schon ist es fertig. Das ist großartig. Jetzt kann ich meinen Kamm darin aufbewahren. Genial. Fehlt nur noch das Logo. Perfekt. Oh je, wer bist du denn? Bonbon, meins. Lecker. Gut, nimm es. Egit, was ist das denn? Oh nein, dieser Tag könnte nichts schlimmer sein. Oh, jetzt brauche ich neue Schuhe. Was geht, Leute? Egit, ich glaube, der Kaugummi ist fertig. Hä, was ist das? So klebrig. Aber ich mag die Farbe. Nun, ich muss hier kreativ werden. Ich muss alles verwenden, was ich kann. Aha, jetzt decken wir es ab. Zuerst mit Klebeband. Toll. Danke, Schatz. Und jetzt dieses klebrige Durcheinander. Ein paar Schichten davon sollten reichen. Wow, die sehen wirklich glamourös aus. Nur. Die sind so schwer. Ich kann meine Beine kaum bewegen. Oh, der Schindern will, muss leiden. Ich habe immer noch keinen Schmuck. Oh. Hey, das ist eine tolle Idee. Sie ist flexibel genug, ja. Ich muss nur noch die Enden zusammenstecken. Cool. Und jetzt vermische ich sie alle. So entsteht eine tolle Halskette. Ja, so hell und bunt. Ich liebe es. Wow, ich probiere sie direkt an. Und wie sehe ich aus? Ich glaube, es ist wieder Zeit, in meine Schatten zu gehen. Ich habe hier alles, was ich brauche. Hä? Oha, meine Barbie. Bitte weine nicht. Ich bin noch bei dir, Süße. Ich bin in einer Sekunde wieder bei dir. Oh wow. Du hast dich verändert. Dieser neue Stil ist so toll. Hä? Was passiert hier? Oh, endlich bin ich da. Barbie, du bist echt. Und so schön. Oh, danke, meine Liebe. Das ist so lieb von dir. Oh, was für ein hübscher Kerl. Er sieht toll aus. Und ich sagte, gib mir den Ball. Und bumm. Ich bin besser als sie. Er muss mich nur sehen. Oh, oh. Was? Barbie? Hi, Ken. Sorry, Barbie. Mehr Jungfrauen sind besser. Lass sie einfach. Oh, er mag mehr Jungfrauen mehr. Das stimmt mit mir nicht. Was? Die Beine? Stimmt, das muss es sein. Doch keine Herausforderung ist zu groß für mich. Aber was muss ich tun? Als mehr Jungfrau? Brauchst du eine Flosse? Oh, ich hoffe, das tut nicht weh. Aber du hast recht. Los geht's. Zuerst müssen wir die Schuhe wechseln. Diese Flipper sind viel besser. Fehlt noch etwas Klebeband. Überall. Toll. Und jetzt brauche ich etwas Glänzendes. Probiere die hier. Das hier nicht. Das ist genau, was ich brauche. Ich schütte es einfach rüber. Je mehr, desto besser. Schön glänzend. Fertig. Noch eins? Nein. Jetzt sehe ich fabelhaft aus. Hä? Oh. Hä? Jetzt musst du dein BH an die Flosse anpassen. Mein BH? Stimmt. Was könnte ich dafür verwenden? Diese süßen Schönheiten? Probieren wir ein paar Blumen an. Nein. Nein, nicht die beste Wahl. Was haben wir hier? Magazin-Style? Nein. Meine Kleinen? Auch nicht. Oh, was soll ich tun? Es ist so schwer. Oh, das hier sieht gut aus. Probieren wir es an. Perfekt. So schön und schick. Aber mein Haar. Alle Meerjungfrauen haben buntes, leuchtendes Haar. Suchen wir uns eine Farbe aus. Grün? Nein. Orange? Auch nicht. Gelb? Sieht besser aus, aber nein. Rot? Ja, das könnte funktionieren. Ich muss nur zur Maschine kommen. Hier ist sie. Das kommt hier rein. Meine Haare auch. Und ich starte die Maschine. Oh, das war es wert. Wow. Und die Kleidung? Upsi. Das war ich nicht, Leute. Endlich. Was? Ah! Ich wasche es einfach ab. Ups. Wo war es? Ich brauche mein Gesicht zurück. Ich bin wieder da. Aber ich sehe trotzdem nicht wie eine Meerjungfrau aus. Okay. Fügen wir ausgefallenen Lidschatten hinzu. Und geben ihn direkt auf die Augenlider. Aha. Das Ergebnis ist der Hammer. Oh, mein Magen. Ich bestelle was zu essen. Für echte Meerjungfrauen. Für echte Meerjungfrauen. Klopf, klopf. Meerjungfrauenlieferung. Oh, so schnell? Was haben wir hier? Fisch? Iget, das stinkt. Aber weißt du was? Diese glänzende Haut würde toll auf meinem Gesicht aussehen. Ich ziehe das an und wähle die richtige Farbe. Dann male ich es vorsichtig darüber. Wirklich vorsichtig. Ausziehen und voilà. Schön glänzend. Und was ist das? Perlen? Wunderbar. Ich füge noch welche hinzu. Wow, das sieht fantastisch aus. Au, was ist das? Ein Brief? Hilfe? Ach, was soll's. Ich werde einfach etwas Wasser genießen. Oh, Ken. Ich wünschte, du würdest mir gehören. Ja, Schönheit. Wie kann das sein? Au, meine Lippen. Aber hey, gar nichts schlecht. Versuchen wir es mal mit einem Lippenstift. Nur ein kleines bisschen. Auftragen. Und voilà. Wunderschön. Warte. Ohrringe? Ich brauche Ohrringe. Ich mache einfach welche. Wähle einfach eine Form. Füge mehr Jungfrauen-Details hinzu. Klebe es zusammen. Sehr vorsichtig. Und füge ein paar Perlen und Glitter hinzu. Fast fertig. Schauen wir uns das mal an. Der erste und der zweite. Genau, was ich brauche. Wow. Jetzt sehe ich aus wie eine Meerungfrau. Yay. Gefällt dir mein Aussehen? Du siehst perfekt aus. Ken wartet. Jetzt. Ja. Klopf, klopf. Moment. Wer könnte das sein? Meerjungfrauen-Lieferung. Was? Ich habe nichts bestellt. Warte mal. Diese Stimme. Ist das... Wow, Barbie. Du siehst so schön aus. Oh, Ken. Barbie. Miniatur-Barbys sind sowas von out. Sie sollten jetzt wenigstens etwas größer sein. Keine Sorge, Barbie. Du wirst wie der Star aussehen, der du bist. Danke, Leute. Oh, funktioniert es? Wow. Bitte adoptiere mich. Oh. Du bist so groß. Maya. Oh. Was ist das? Und wer bist du? Adoptiere mich. Toll. Das ist deine neue Schwester. Was? Nein. Mama hat mir doch keine Barbie als Schwester geschenkt. Ich wollte doch eine coole E-Schwester. Willst du spielen? Oh. Du hast mich erschreckt. Lass dich nicht ablenken. Nimm meine Sachen. Es ist alles da, was wir brauchen könnten. Nimm mein Gepäck. Hä? Oh. Was ist das? Eine Spinne? Ah. Ich muss die loswerden. Damit wäre das Problem gelöst. Oh nein, das wirst du nicht. Hab dich. Entspann dich. Das ist mein Haustier, Patrick. Oh. Was? Wirklich? Puh. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Oh. Autsch. Das tat weh. Lass mich dir helfen. Hä? Was ist das? Sieht aus, als ob er festklemmt. Ich bringe das in Ordnung. Es rührt sich nicht. Vielleicht klappt das ja. Bist du fertig? Bist du fertig? Aua. Ruhe. Was für ein holpriger Start in den Tag. Und ich hab mich wieder nicht abgeschminkt. Aha. Guten Morgen. Au. Ernsthaft? Hi, Barbie. Hi, Barbie. Oh, ich bin Barbie und so perfekt. Hä? Was ist dir passiert? Was ist mit meinen Klamotten passiert? Hey, ich habe die Sachen mitgebracht. Rosa, Igitt. Das zieh ich nicht an. Es ist Zeit für ein paar 5-Minuten-Tricks. Ich möchte diesen Pullover ausgefallen gestalten. Natürlich brauche ich rote und schwarze Farbe. An die Arbeit. Es muss nicht perfekt sein. Je ausgefallener, desto besser. Endlich. Ich habe meine Farben wieder. Hi, Sis. Ich habe Frühstück für dich gemacht. Endlich. Hm? Es ist aus Plastik. Soll das ein Scherz sein? Wo ist mein Frühstück? Hä? Trink aus, Sis. Du willst doch nicht zu spät zur Schule kommen. Was machst du da? Na los, iss dein Frühstück. Ich brauch echtes Essen. Lecker. Ich wette, das hast du noch nie probiert. Du wirst echtes Essen mögen. Sag A. Hä? Oh, muss ich ja alles selbst machen. Erst den Mund aufmachen und die dann wieder schließen. Dann musst du schlucken. Also, was sagst du? Oh, ich liebe es. Ich will mehr. Ich habe ein Monster erschaffen. Oh, Mai. Das ist so gut. Oh, mein Magen platzt gleich. Oh. Lass mich helfen. Oh. Oh, da ist es. Oh. Was mache ich jetzt? Einfach drücken. Drücke fester. Drück. Okay. Ja, genau so. Oh. Oh. Ich glaube, ich muss auch mal. Oh. Schneller. Es kommt schon. Puh. Na, das war gar nicht so schlimm. Viel besser. Hä? Schneller. Ich kann es nicht mehr lange halten. Oh. Party sagst du? Haha. Schau dir meine Moves an. Oh. Wow. Hä? Geht's dir gut? Ich bin fertig. Aus dem Weg. Oh. Was für ein Chaos. Hä? Lass mich dir helfen. Ii. Entfernen wir zuerst das Klopapier. Oh. Es ist klebrig. Bürsten wir dieses Chaos. Komm schon. Oh. Ups. Wir brauchen stärkere Mittel. Ich bin sicher, dass Mama es hier irgendwo hat. Hey, Mama. Nochmal. Hier nicht noch einmal. Wir wollen Mamas Haargel. Gefunden. Perfekt. Jetzt können wir anfangen. Das sollte reichen. Als nächstes massiere ich es schön ein. Oh. Was geschieht hier? Ist das nicht Haargel? Was ist los? Nichts. Na ja. Nichts, was eine Perücke nicht richten könnte. Das ist super. Oh. Wow. Das Produkt hat wirklich geholfen. Danke. Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Juhu. Bitteschön. Ein Auto? Oh. Wow. Ich kann also endlich rennen fahren. So cool. Endlich. Mein Traum wird wahr. Genau richtig. Bitte sehr. Hä? Was ist denn das? Ein Auto für Puppen? Ich hätte es wissen müssen. Hey, Maya. Schau dir das an. Wow. Was ist hier los? Ich teste es, hä? Es ist kaputt. Ups. Das ist nicht gut. Mach, dass es aufhört. Bobby. Oh je. Stopp. Oh. Mädels. Oh. Jede Ecke ist eine Sauerei. Hi, Mama. Was ist hier los? Ups. Räumt das Zimmer auf. Sofort. Oh. Lass uns aufräumen. Lass uns aufräumen. Ich fange mit dem Bett an. Ich schiebe einfach alles runter. Fertig. Das ist gar nicht so schlimm. Oh. Hä? Das sind Sachen, die Maya mal mochte. Wow. Ihr habt euch einen Platz im Regal verdient. Ihr bleibt hier. Sieht toll aus. Jetzt fange ich dieses Barbie-Poster auf. Nicht zu glauben, dass du das versteckt hast. Dieses düstere Zeug ist einfach nicht schön. Ich hänge alles wieder auf. Zeit, das ganze Zimmer rosa zu machen. Mama wird das lieben. Es sieht so viel besser aus. Hm. Wo soll ich das hinstellen? Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht. Wow. Äh. Barbie. Was machst du da? So. Fertig. Gefällt es dir? Äh. Was hast du getan? Oh. Nein, nein. Was ist das? Ich werde es dir zeigen. Unter meiner Aufsicht wird dieses Zimmer nicht rosa. Dies erfordert Nothilfe. Haha. Das wird mich retten. Aufgepasst. Uh. Uh. Was ist gerade passiert? Jetzt passt meine Seite zu meinem Vibe. Viel besser. Das ist ein guter Deal. Sehr. Wie es sich für Schwestern gehört. Oh. Eine Nachricht. Ken? Was ist das? Das ist Babyland. Sie rufen mich wieder zurück. Ich muss gehen. Was? Aber du bist so eine tolle Schwester. Oh. Das stimmt. Wir hatten so viel Spaß als Schwestern. Aber ich muss zurück nach Hause. Ich werde dich in meiner Erinnerung behalten. Auf Wiedersehen, reale Welt. Und hier drin stinkt es. Wow. Was ist das denn hier? Oh. Hi Ken. Was machst du denn hier? Ich bin Timmy. Weg da. Wow. Was für ein magischer Ort. Wow. Ich bin nicht mehr in meinem Traumhaus. Was macht sie denn da? Okay. Hi. Wer bist du denn? Ekelhaft. Du siehst aus wie meine Puppe. Unglaublich. Oh. Das ist Barbie. Leute. Ihr müsst euch das ansehen. Wow. Sie ist echt. Wow. Schaut euch ihre Schuhe an. Wow. Deine Haare. Du bist so fantastisch. Schauen wir unter ihren Rock. Sorry. Ich muss gehen. Aber Barbie, warte. Du darfst nicht gehen. Nein. Barbie. Hört auf mich zu verfolgen. Schnapp sie her. Moment. Ich glaube ich habe mich verlaufen. Komm her. Wow. Hi Ken. Halt das. Ich glaube sie ist hier. Hast du Barbie gesehen? Nee. Sorry. Was? Ich putze hier nur. Oh ist das schmutzig. Puh. Das war knapp. Ja das war es wirklich. Ich vermisse meine alten Kleider. So viel hübscher oder? Hör zu. Wir müssen nicht verschwinden. Beeilung. Komm. Hallo. Wo ist Barbie? Rein da. So ein Gentleman. Warte hier. Okay. Okay. Wow. Hi Kumpel. Was für eine verrückte Frau. Hey. Was machst du denn da? Hallo. Oh. Irgendwas fühlt sich komisch an. Mal sehen. Das ist eine Art brauner Schleim. Hm. Du Schokolade. Das macht so Spaß. Ich glaube wir haben sie abgehängt. Versteck dich trotzdem. Oh. Halt still okay? Wir haben nicht viel Zeit. Hi Bruder. Ich bin zu Hause. Hey was geht? Oh. Was hast du mit dir gemacht? Timmy kann wir spielen. Ich hab's. Barbie ohne Kopf. Ohne Kopf? Hm. Anderes Mal okay? Na gut. Hm. Du bist der Nächste. Ha 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 ha. Die braucht doch Medizin. Die Luft ist rein. Das war total erschreckend. Ich muss einen Arzt anrufen. Moment. Ein Arzt? Niemand da. Äh. Hallo? Ist da jemand? Irgendwas Spannendes im Fernsehen? Eilmeldung. Heute wurde eine echte Barbie in der Lala Highschool gesehen. Wenn sie Informationen über sie haben, wählen sie bitte diese Nummer hier. Wow. Du hast es in die Nachrichten geschafft. Du bist also wirklich... Hallo. Barbie? Äh. Ja. Ich bin echt. Und da ist mein Taxi. Bye. Warte. Du passt da nicht rein. Äh. Ist ein bisschen zu klein für dich, oder? Oh. Das klappt nicht. Echt? Oh. Barbie, es wird alles wieder gut. Ich will nach Hause. Ich weiß, wie ich dich aufmuntern kann. Ich vermisse das Traumhaus. Oh. Was ist das für ein Geruch? Wow. Das riecht sehr gut. Ich liebe Obst. An diesem Zeug könnte ich den ganzen Tag riechen. Wow. Schmeckt das gut. Ich bin nicht mehr traurig. Ich habe uns eine Pizza besorgt. Was machst du da? Willst du mal probieren? Nein. Ich habe richtiges Essen. Siehst du? Wow. Wie interessant. Ist das Käse? Was für ein herrliches Festmahl. So cool. Warte. Du musst reinbeißen. Und dann kauen. Reinbeißen und kauen? Aha. Oh. Wow. So was habe ich noch nie gekostet. Das ist ja wie eine Party in meinem Hund. Ich schwemme in Soße, Baby. Noch mehr Tierkäse. Oh ja, bitte. Das ist unglaublich. Barbie? Wow. Das ist einfach so gut. Ich will nie wieder aufhören zu essen. Mehr. Mehr. Und mehr. Aber ich hatte nur ein Stück. Das war unglaublich. Oh, was ist mit meinem Haken los? Ich habe das Gefühl, ich platze gleich. Hm. Das nenne ich mal ein Football.